. Irgendwie hat man es wahrscheinlich schon gewusst, aber dann hat die ganze Stadt davon gesprochen. Sie hat in sehr jungen Jahren eine Affäre mit ihrem Schwager gehabt. Solche leidenschaftlichen und wirklich für die Zeit gewagten Gedichte geschrieben. Gewagten inwiefern? Sie sind ja sehr bildhaft und sehr sinnlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017